Richtig Hunger kriege ich gerade. So ganz schnell. Hinter dir waren nämlich noch 4.000 Leute. Und ein bisschen Zeit, ja. Schauen wir mal schnell nach. Tudududu. Ich habe mir den ganzen Scheiß, den sie rumlegen lassen. Machen wir das? Machen wir das? Okay. Ah, da sind sie doch schon im OP. Fachmündig. Was machen Sie hier? Schau dir in die Brücke. Hä? Halt's Maul. Hast du gerade widerliches Schwein zu mir gesagt, Alter? Du willst ein kleines Kind aufschlitzen hier. Siehst du, was ich mit dir mache, Alter? Nehmen sie und gehen sie. Und du? Widerliches Schwein, ja? Sagst du mir widerliches Schwein? Da liegt ein kleines Kind auf dem Tisch. Wirklich. Menschheit hin oder her. Wir wissen nicht mehr, ob das funktioniert. Schweine da. Schauen wir mal. Guten Morgen. Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Aufstehen. Oh Mist. Mist. Wer ist Trier? Ich bin hier raus, Kleine. Ich hab dich. Zu den Ausgängen. Ich hab dich. Ich hab dich. Auf die andere Seite. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Das ist deine letzte Chance. Leg sie hin. Nö. Ich hab ihn im Visier. Ich hab dich bereit. Feuer einstehen. Komm schon. Oh Gott. Da entstehen bestimmt jetzt einige. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier raus schaffst. Was dann? Wie lange bis sie von ein paar click-up in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. atzbom złys. Trier? Ich mache keinen. let's an. Wien zur Frau ist. Zusatzb千ach. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört. Wir haben aufgehört, nach einem Heilmittelzug. Wir fahren nach Hause. Guter Mann. Guter Mann. Tut mir leid. Warte. Tu das nicht. Bitte. Du würdest ihnen nur folgen. Der Typ ist auch so abgebrüht, aber in der Zeit, das brüht dich auch alles ab. Also im Endeffekt, du entwickelst dich natürlich zu so einem Menschen, um die Liebsten so zu verteidigen, dass halt auch alles passt. Ich hätte jetzt irgendwo vielleicht gedacht, dass es jetzt das Ende ist, aber ich glaube noch nicht ganz so dran. Oder ist es das Ende? Oder nicht? Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Achso, jetzt muss ich mit ihr wieder laufen, ne? Das ist nicht ganz schön hier, oder? Ja. Ah, ist nicht mehr... Ist nicht mehr fehl? Okay. Du bist noch da. Und dann... Treue Seele. Pass auf, komm auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Aber... Ich glaube, das war es aber auch für heute, für mich. Ich habe es dir noch nicht erzählt, aber... Ich glaube, jetzt unterstückt er hoch, aber dann... Sarah und dich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube... Ich glaube, ihr hättet euch... Gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Komm mal, er ist ja richtig fit unterwegs. Oh. Hör mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Das werden wir natürlich... Das ist ja müde, wenn wir hier noch spielen. Ich dachte, das geht jetzt so vielleicht eine Stunde oder so, aber... Das ist... Gehen wir doch jetzt noch hier schön lang hier. Die kennen sich doch hier aus, ja. Ja. Danke. Okay, na komm. Hey, warte. Ach... Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte... Viele Probleme mit dem Überleben. Aber... Was auch passiert... Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Aber es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Okay. Ja, what the fuck, Alter. Und ich wollte jetzt pennen gehen, ey. Krass, Alter. Hammerspiel. Wirklich Hammerspiel. Schade, dass es schon send ist. Also könnte ich locker noch so, wie es ist, einfach ein paar Tage weitersuchten. Krass. Also... Wow. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig heftig. Was für ein Spiel. Krass. 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 Jetzt... Jetzt bin ich aber so... Zweiter Teil. Weiter spielen. Wow. Ey, vielleicht so, dass es das Krasse ist, einfach für mich so. In der ganzen Situation. Jetzt bin ich mal kurz hier links. Was für häufig ist der Kon Mega-Tagusszug. Was für heute ist der Konö differences. Also fica im Moment. Zu